Die Zeit zu handeln ist jetzt. Die gesetzliche Rente reicht Millionen Menschen nicht zum Leben. Jede zweite Rente liegt bei unter 900 Euro. Das ist würdelos und inakzeptabel. Wir brauchen eine solidarische Mindestrente von 1200 Euro netto im Monat und eine Wiederanhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent. Das ist möglich, wenn tatsächlich alle in eine Rentenkasse einbezahlen, also auch Beamtinnen und Beamte, Selbstständige und Politikerinnen und Politiker. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt die Linke.